Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Fußballhistorie. Hier gibt es jede Woche eine kurze Geschichte aus der Fußballgeschichte. Mein Name ist Felix und heute geht es um einen der größten Skandale der Bundesliga. Denn heute vor 50 Jahren, am 6. Juni 1971, spielte Horst Gregorio Canelas Aufnahmen auf einem Tonbandgerät ab, die den deutschen Fußball in eine tiefe Krise stürzen sollten. Begonnen hatte alles im Frühling 1971, als Canelas erstmal stutzig wurde. Der Gemüsehändler und Präsident der Kickers Offenbach stellte verwundert fest, dass seine Kickers ein Spiel nach dem anderen gewann, 8 zu 2 Punkte holten und trotzdem nicht aus dem Tabellenkeller herauskamen. Denn die Konkurrenten aus Bielefeld, Oberhausen und Frankfurt siegten ebenfalls mit zum Teil sonderbaren Ergebnissen. Gerüchte machten die Runde. War etwas faul? Die Befürchtungen bestätigten sich bald. Anfang Mai 1971 schellte bei Canelas das Telefon. Am Apparat war Manfred Manglitz Torwart des 1. FC Köln. Er verlangte 25.000 Mark von Canelas. Falls das Geld nicht fließe, werde er im Spiel gegen Offenbachs Abstiegskonkurrenten Rot-Weiß Essen einige Dinger durchlassen. Canelas zahlte und Köln gewann 3 zu 2. Am Sonntag, den 6. Juni 1971, am Tag nach dem Saisonende wurde Canelas 50 Jahre alt. Viel Prominenz kam zu seinem Gartenfest, darunter auch Bundestrainer Helmut Schön. Die Stimmung war gut, bis Canelas plötzlich zur Mittagszeit ein Tonband aufstellen ließ. Es erklangen die Stimmen von Wild, Patzke und Manglitz. Vor laufenden Kameras gefror den fassungslosen Gästen das Blut in den Adern. So taumelte die Bundesliga in den schwersten Skandal ihrer damals noch jungen Geschichte. Es stellte sich nämlich heraus, dass in der Endphase der Bundesliga-Saison 70-71 insgesamt 18 Partien gekauft worden waren. Fast jedes für den Abstieg bedeutsame Spiel wurde manipuliert. Insgesamt flossen fast eine Million Mark Schmiergelder. Mehr als 60 Spieler waren in den Bestechungsskandal verwickelt. 10 der 18 Erstligaklubs hatten damit zu tun. Arminia Bielefeld, Schalke 04, Kickers Offenbach, 1. FC Köln, Hertha BSC, Eintracht Braunschweig, VfB Stuttgart, Rot-Weiß Oberhausen, Eintracht Frankfurt und der MSV Duisburg. Dagegen hatte sich ausgerechnet Tabellenschlusslicht Rot-Weiß Essen aus dem Gemauschel herausgehalten. Dafür mussten die Essener ihr ehrenhaftes Verhalten allerdings mit dem Abstieg bezahlen. Der DFB reagierte – in Gestalt von Hans Kindermann. Der Richter am Stuttgarter Landgericht war beim DFB Vorsitzender des Kontrollausschusses. Der Fußball-Chefankläger machte erstmal kurzen Prozess. Bereits sieben Wochen nach der Geburtstagsparty fielen in Frankfurt die ersten Urteile. Wild und Manglitz wurden auf Lebenszeit gesperrt. Patzke für zehn Jahre. Manglitz musste außerdem 25.000 Mark Strafe zahlen. Kickers Offenbach wurde für zwei Jahre die Lizenz entzogen. Damit nicht genug. Horst Gregorio Canelas konnte es kaum fassen. Er durfte nie wieder ein Amt innerhalb der DFB-Organisation ausüben. Und das, obwohl er maßgeblich – und wie er sagte, in Absprache mit dem DFB – zur Aufdeckung des Skandals beigetragen hatte. Erst fünf Jahre später wurde er begnadigt. Kindermanns Arbeit war hingegen noch nicht erledigt. Geschlagene zwei Jahre lang, bis zum Sommer 1973, verhörte er an Wochenenden und in seiner Freizeit verdächtige Spieler. Das Ergebnis? Bestraft wurden 53 Spieler, zwei Trainer und sechs Funktionäre. Im April 1972 wurde Arminia Bielefeld, der am tiefsten in den Skandal verstrickte Verein in die Regionalliga zwangsversetzt. Schalke 04 hatte eigentlich anfangs nur eine Nebenrolle gespielt. Die Knappen hatten vor ihrem Heimspiel gegen Bielefeld am 17. April 1971 einen Geldkoffer mit 40.000 Mark angenommen. Für jeden Schalker, darunter Stars wie Libuda, Rüßmann, Fischer, Fichtel, blieben also etwa 2.300 Mark. Peanuts im Vergleich zu den anderen Bestechungssummen. Bielefeld hatte das Spiel daraufhin 1 zu 0 gewonnen. Aber ein Nachspiel folgte. Hätten die beschuldigten Schalker Profis die Bestechlichkeit einfach zugegeben, wären sie vermutlich mit einer vergleichsweise milden Strafe von dem Sportgericht davongekommen. Um einer Sperre aber zu entgehen, beteuerten sie hartnäckig mit der ganzen Sache nichts zu tun zu haben und deckten sich gegenseitig. Kindermann blieb aber hart. Die acht Schalker Profis wurden schließlich vor dem Landgericht Essen wegen Meinheit angeklagt. Dieser Prozess zog sich mehrere Jahre hin, bis Ende 1975. Und am Ende mussten die Schalker Spieler dankbar sein, dass sie von den Essener Richtern lediglich zu hohen Geldstrafen verdonnert wurden. Erst im Februar 1976 verhängte der DFB die letzten Sperren an Schalker Profis. Fast fünf Jahre nach der Geburtstagsparty von Canelas. Dann erst wurde der Bundesligaskandal endgültig zu den Akten gelegt. Das war's mit dieser kurzen Geschichte. Und wenn ihr nächste Woche wieder etwas aus der Geschichte des Fußballs hören wollt, dann lasst doch ein Abo da und like dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.